Und jetzt wartet die Herde auf der anderen Seite. Ich hab alle hängen lassen. Und besonders dich. Ach, du hast niemanden hängen lassen, Besti. Wenn, dann habe ich dich hängen lassen. Ich hätte dich nie allein daraus schicken dürfen, Junge. Papa, dein Bein! Junge, du bist das stärkste Wielpferd im geweihten Land. Und wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Klar helfe ich. Ja, gut. Gemeinsam ziehen wir eine schnurgerade Schneise. Breit genug, sodass wir die ganze Herde durchlutsen können. Hoa! Ich hab's gefunden. Gleich davon, Kion. Es braucht Hilfe. Geht's dir gut? Nein. Wo ist denn deine Mutter? Sie war gleich hinter mir. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich werd sie suchen. Nein, Ono! Bleib bei dem Kleinen. Bring ihn in Sicherheit. Na klar doch. Keine Angst! Ich finde deine Mutter. Und ich helfe dir hier raus. Komm, mir nach! Hilfe, bitte! Ich komme schon! Papa, alles klar? Ich muss nur mal anhalten und verschnaufen. Geh du weiter, Besti. Ich bin gleich hinter dir. Wir sind schon halbwegs drüben. Ich weiß, du schaffst das. Gut. Und diesmal werden sie echt schnurgerade. Dann bist du stolz auf mich. Ich bin immer stolz auf dich, Besti. Ich bin direkt hinter dir. Weg mit dem Nilpferd. Weg mit dem Regen. Dann können wir ein Überschwemmungsgebiet machen, was wir wollen.